Der graue Star ist der Begriff für die Trübung der Linse im Auge. Normalerweise ist die Augenlinse glasklar, sodass alle Lichtstrahlen problemlos hindurch gehen und wir ein scharfes Bild auf der Netzhaut erhalten. Allmählich im Leben trübt sich diese Linse ein, auch sie hat einen zwar nur sehr geringen, deshalb dauert es so lange, aber sie hat einen gewissen Stoffwechsel und sie gibt sozusagen keine Stoffe mehr ab, die sie mal aufnimmt, also trübt sie im Laufe des Lebens ein. Der graue Star macht sich dann bemerkbar durch allmählich schlechteres Sehen wie eine schlecht geputzte Scheibe oder eine schlecht geputzte Brille. Man ist geblendet, wenn man ins Licht schaut, man braucht mehr Licht, um gut zu sehen, man verliert den Kontrast, in der Dämmerung sieht man nicht mehr so gut wie früher. Das alles sind typische Symptome für den grauen Star. Die Trübung der Linse meist altersbedingt, aber manchmal auch durch andere Ursachen.